Der Begriff des mediatisierten Zuhauses zielt erst mal auf das Zuhause mit all seinen Medien. Dann geht es aber in der Forschung vor allem darum, um die Menschen und wie die Menschen zu Hause mit Medien handeln, wie sie ihren Alltag eben immer auch mit Medien gestalten. Durch die Digitalisierung ist dieses Thema noch weiter relevant geworden, weil sich die Medien zu Hause enorm vervielfältigen. Wenn man nur daran denkt, dass vor zehn Jahren ein Computer reichen musste für alle Haushaltsmitglieder, während heute jedes einzelne Familienmitglied mehrere Geräte hat, Laptop, Smartphone und so weiter. Das hat auch dazu geführt, dass Medien heute überall in jedem Winkel des Zuhauses, auch im Bad, im Bett und so weiter benutzt werden und also so gesehen das Zuhause von Medien durchdrungen ist. Trotzdem ist Mediatisierung nicht nur ein Phänomen jetzt durch die digitalen Medien, sondern das Zuhause war immer schon oder seit den 30er Jahren schon mediatisiert. Wenn man ans Radio denkt, an den Fernseher, der das Zuhause sehr verändert hat, der die Einrichtung des Wohnzimmers geprägt hat, wie wir unsere Sofas stellen und ähnliches. Also auch schon diese Medien haben das Zuhause verändert und so gesehen ist das mediatisierte Zuhause immer im Wandel.